So, meine lieben Freunde, da sind wir doch schon wieder. Ich habe natürlich, weil ich ein Herz für Nico mittlerweile habe, hier ein grünes Getränk am Start. Wir reden ja über Bundesliga, da ist ja Hertha eh nicht dabei. Da kann ich ja die Fahne hoch. Oh, oh, jetzt siehst du, unabgesprochen. Sehr gut. Jetzt gibt es hier unsere Bundesliga-Prognose mit den Eindrücken aus den ersten 16 Spielen. Die Hinrunde ist ja eigentlich erst am 12. abgeschlossen. Oder am Spieltag ab dem 12., weil da ja erst der 17. Spieltag ist. Und es könnte eine sehr, sehr interessante Rückrunde mit vielen Überraschungen werden. Und jetzt geben wir hier unsere jeweiligen Prognosen ab. Gestern kam die Zweitliga-Prognose. Da waren wir wirklich unabgesprochen sehr, sehr ähnlich bei vielen Sachen. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es hier ist. Man sieht aber auch, was man mal kurz dazu sagen kann, natürlich sind wir ähnlicher bei der Prognose nach der Hinrunde, weil da hast du ja schon eine Vorstellung, wie die spielen. Vor der Saison, da waren wir ja völlig auseinander teilweise, weil du kannst es natürlich nicht einschätzen, außer so bei den Top-Mannschaften vielleicht. Deswegen, ich bin sehr gespannt, wie das jetzt aussieht. Ihr könnt euch auch gerne unser Fazit zur Bundesliga reinziehen. Da sind wir nämlich darauf eingegangen, was wir vor der Saison getippt haben. Und jetzt würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr hier ein Like oder ein Abo dalasst. Ab nächste Woche Dienstag, also schon in sechs Tagen, gehen auch unsere Streams wieder los, denn die Bundesliga beginnt ja ab Ende nächster Woche. Wir gucken mal, wen wir da einladen können. Wird bestimmt ein richtig cooler Talk nächste Woche wieder. Und dann wieder jeden Dienstag 21 Uhr. Freuen wir uns natürlich, wenn ihr dabei seid. Und jetzt gehören die nächsten Worte, Nico. Und dann legen wir auch schon direkt los. Ja, Freunde, ich bin sehr gespannt, wofür ich so die Vereine zugeordnet hat. Was ich auf jeden Fall schon mal sehr spannend finde, ist ja vor allen Dingen auch den Call mit Leverkusen. Da war ich ja sehr gut dabei. Da bin ich gespannt. Und wo du die gleich hast. Ich habe echt einiges, also ich habe, wie auch bei der zweiten Prognose, überhaupt nicht auf meine Prognose vor der Saison geguckt, sondern halt nach einfach, wie man jetzt die Hinrunde gesehen hat. Und danach auch getippt. Plus halt Infos, die man jetzt weiß, ganz fährtechnisch und sowas halt. Ich bin auch sehr gespannt auf eure Prognose, was ihr so glaubt. Und am Ende der Saison schauen wir natürlich dann mal in unsere Prognosen rein, was wir denn dann da so Richtiges gesagt haben oder auch einiges Falsches. Vielleicht ist ja auch ein oder zwei. Ja, kann ja mal passieren. Aber ja, wir fangen gerne an mit 18, oder? Wir fangen an mit 18. Wir gehen von unten durch. Soll ich heute mal anfangen? Dann fang mal an, ja, okay. Ich habe auf 18 und ich bin mir fast sicher, dass du das auch hast. Sorry, Leute, aber ich habe da den SV Darmstadt. Ich denke mal, wird bei dir nicht groß anders sein, oder? Ist das bei dir anders? Nee, ist es nicht anders. Okay, dann können wir gleich beide darüber sprechen. Ja, Darmstadt, wie gesagt, haben mich vom Fußballerischen her eigentlich positiv überrascht. Ist nicht so, dass ich sage, die sind noch schlechter, als ich es erwartet habe. Ich habe sie sogar ein bisschen schlechter erwartet. Haben die eine oder andere Verletzung, die bitter ist. Glaube, dass es, auch wenn es da sehr eng unten ist und da alles noch drin ist und sie sicherlich, wenn sie auf einmal vier Spiele in Folge ungeschlagen sind, da auch mal rauskommen können zwischendurch, glaube ich, dass auch die anderen Mannschaften, die da unten mit drin sind, sich in der Rückrunde noch verbessern werden. Und deshalb, glaube ich, wird es schwer für Darmstadt, da Platz 18 am Ende der Saison zu verlassen. Ich sehe es ehrlich gesagt über die gesamte Saison nicht. Weil sie haben ja halbwegs gut schon gespielt und haben trotzdem so wenig Punkte geholt. Und was müsste da jetzt passieren, damit sie die anderen Mannschaften überholen, die ja auch nicht schlafen in der Winterpause? Ja, eben. Thorsten Lieberknecht finde ich eigentlich ein ganz sympathischer Trainer. Aber kann auch ein ganz sympathischer Trainer sein, sagen wir mal so. Darmstadt per se hat ja auch einiges. Du hast schon gemerkt, dass wenn die die Leidenschaft so auf den Platz kriegen, dann kannst du darüber schon auch Punkte holen. Also allein über die Mentalität, rein vom Kader her gesehen, ist es trotzdem meiner Meinung nach der schwächste Kader der Liga. Und jetzt eben mit dem Gedanken, dass Darmstadt sich höchstwahrscheinlich nicht sonderlich verstärken kann, die anderen es aber werden. Und ich Darmstadt jetzt schon als schlechtesten Kader sehe oder schwächsten Kader sehe, ist für mich einfach da keine große Besserung in Sicht. Und ich sehe auch nicht, wen die da unbedingt überholen würden. Zumal die ja auch die Defensive erstmal komplett zumachen wollen. Und da ist halt dann für mich das Problem, wenn du jetzt versuchst, nicht mehr sozusagen die Schießbude der Liga zu sein, ist es dann auf Kosten der Offensive so. Und du musst ja eigentlich unten raus. Deswegen, das sehe ich eher nicht. Ich glaube, Darmstadt auf 18 steht für mich fest. Was ja krass ist, sie haben ja doppelt so viele Tore erzielt wie Köln. Aber wie du eben gesagt hast, auch die meisten Gegentore, 41, schlechteste Tordifferenz. An sich, wie gesagt, ein Sieg am 17. Spieltag und die können gleich zwei Mannschaften überholen. Aber auf Strecke sehe ich das auch einfach nicht. Dann sag doch mal gerne, oder soll ich sagen, mein Platz 17? Ich sage mein Platz 17. Mein Platz 17 ist der 1. FC Köln. Was für sie natürlich sehr, sehr bitter wäre, weil das wahrscheinlich einen ziemlichen Rattenschwanz hinter sich ziehen würde. Es wäre natürlich für den Fußball, für die 1. Liga und auch für die Geschichte, ey, was wäre das für eine Rettungsaktion, wenn Köln das jetzt doch noch schafft und wenn es nur die Relegation ist. Es wäre geil für diesen Verein. Unter diesen Bedingungen, noch wissen wir ja auch nicht, wer der neue Trainer ist. Ich hatte jetzt aber gelesen, dass Torwarttrainer und noch ein Trainer auch ausgetauscht werden. Also da wird richtig rotiert. Es gibt ein paar Gerüchte, es soll ein externer Trainer werden. Es gab jetzt auch Gerüchte um relativ unbekannte Namen, neben auch bekannten Namen. Aber ich glaube, egal was da ist, die können ihren Kader nicht verstärken. Ich finde nicht, dass sie unfassbar schlecht dauerhaft gespielt haben. Sie hatten auch Spiele, wo sie einfach ihre Chancen nicht genutzt haben, wie gegen Union Berlin. Da wäre mehr drin gewesen, wenn man effektiver wäre. Aber genau da ist eben das Problem. Die Frage ist, wie holst du jetzt Qualität in der Chancenverwertung noch raus? Wo soll es herkommen? Es kann höchstens sich so ein Turniermodus entwickeln bei denen, dass sie sagen, ey, wir nehmen das jetzt an wie ein Turnier und wir gewinnen alle unsere entscheidenden Partien. Das erste Spiel ist ja gleich mit entscheidend. Sie spielen ja gegen Heidenheim, glaube ich. Das ist gleich ein Pflichtsieg. Also wenn du da verlieren solltest, dann sieht es wirklich düster aus. Ich glaube, leider aus Sicht der Bundesliga, dass es Köln nicht schafft. Tja, das Problem vor allen Dingen ist auch, dass die haben ja jetzt, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, mit Justin Diehl gesprochen. Das ist ja eigentlich ein Riesentalent beim FC. Schon sehr, sehr oft gelobt, der ja aber schon für sich selber festgelegt hat, er wird nächstes Jahr nicht beim FC spielen. Ich konnte auch Baumgart da übrigens sehr lange verstehen, dass er dann auch gesagt hat, okay, dann, wofür sollen wir dich jetzt aufbauen, wenn du bald wieder weg bist? Auf der anderen Seite, wenn du die Verstärkung brauchst, bist du halt irgendwo zwischen Tür und Angel. Fakt ist, er hat einen Markt von 500.000, hat jetzt in der Regionalliga 19 Spielen, zwölf Tore und neun Vorlagen gemacht. Das ist in Topform und der trainiert jetzt zumindest mal bei den Profis mit. Das ist vielleicht so eine offensive Verstärkung für den FC, für die Rückrunde. Man muss aber trotzdem sagen, wer schießt dann da die Tore? Also das sehe ich auch noch nicht. Für mich ist der FC Köln auch mein Platz 17. Ich sage da aber auch ganz bewusst, wünschen tue ich mir das nicht. Also ich hoffe, dass Köln in der Liga bleibt, dass sie dann nächstes Jahr im Sommer sozusagen, beziehungsweise im Winter, also Ende des Jahres im Winter, vielleicht irgendwie einigermaßen noch in der Bundesliga konkurrenzfähig am Start sind, dass man dann eben wirklich nachlegen kann, weil du gibst jetzt noch Spiele ab. Das ist noch krass. Also es gibt ja jetzt schon das eine oder andere Gerücht, wer dann da auch gehen könnte, kann sich gleichzeitig nicht verstärken. Spielt es eigentlich dann nur, ja, hast fast eine Zwangsverjüngungskur, könnte man sagen, weil ein paar Jungspieler ja Verträge bekommen haben. Aber die müssen halt alle dann auch funktionieren. Du brauchst jetzt einen Trainer, der eben wirklich mit Jungspielern umgehen kann. Das hat ja auch Keller gesagt, das ist jetzt das Wichtigste. Wobei ich auch Keller sehr unsouverän fand bei dem Interview jetzt mit dir. Also ich finde den echt nicht gut, auch in der Kommunikation. Können ja gerne die Kölner mal unten reinschreiben. Es tut mir wahnsinnig leid, auch dass viele Leistungsträger nicht so performen, wie sie es eigentlich müssten, wie Kainz zum Beispiel auch. Aber ich sehe bei Köln leider nur Platz 17 und keine große Besserung. Das wäre aber die Rettungsgeschichte überhaupt. Weil dann könntest du sagen, ey, komm, neues Jahr. Wir müssen irgendwie die Hinrunde überstehen, wenn sie nicht absteigen und dann müssen wir im Winter halt einkaufen. Dann haben wir ja auch zwei Jahre kein Geld ausgegeben. Dann kannst du auch Spieler halten. Ich bin echt gespannt, auch wie die Mannschaft mit dem Druck umgeht, weil da brauchen wir uns nichts vormachen. Ich glaube, es gibt keine Mannschaft, die mehr Druck verspüren wird als Köln, was da alles mit dran hängt, wenn sich die Spieler darüber Gedanken machen. Oder die Spieler haben schon im Kopf, ich bin im Sommer eh weg. Das wäre der schlechteste Fall. Im Best Case, das muss man, glaube ich, einem Selke zugutehalten. Ich glaube, der wird zum Beispiel alle anheizen und alles dafür geben und sagen, ey, wir müssen den Verein hier retten. Aber ob sie es dann schaffen, ist halt eine andere Sache. So, mein Platz 16, Relegation, habe ich, auch wenn sie mir sehr gut gefallen haben, den FC Heidenheim. Und das begründe ich damit, dass ich sage, sie haben wirklich tolle Energieleistungen gebracht, gerade zu Hause. Sie haben aber auch sehr viele Spiele über Standardsituationen gewonnen, die dann auch knapp waren und ich glaube, dass das nicht ganz ausreichen wird. Sie haben eine tolle Offensive mit Ding Chi, Beste und auch mit Kleindienst, aber wenn wir gerade über den Kader von Darmstadt geredet haben, dann muss man schon sagen, nominell, außer jetzt vielleicht diese krassen beiden Unterschiedsspieler auf dem Flügeln, nominell sind sie dann vielleicht der zweitschwächste Kader der Liga. Sie haben eine gute Hinrunde gespielt, glaube aber, dass das auf Strecke noch eng werden könnte, weil ich eben denke, dass Mannschaften, die ich gleich noch erwähne, wie Union, Mainz, Bochum, dass die in der Rückrunde besser performen könnten und deswegen glaube ich, die landen auf Platz 16. Da bin ich tatsächlich nicht der Meinung. Ich glaube, dass Bochum auf 16 landen wird und verstehe die Argumentation bei Heidenheim, sage aber, ja, obwohl die einen schlechteren Kader, sage ich mal, haben, sehe ich bei Heidenheim noch mehr diese Idee vom Fußball, also das, was sie da spielen, setzen sie verdammt gut um mit den Spielern, die sie haben. Sollten beste Kleindienstetzer jetzt nicht ausfallen oder auf einmal kommt ein Mega-Angebot und die müssen die verkaufen, sehe ich die vielleicht weiter oben, komme ich ja gleich zu, wenn ich da bin. Bochum selber, sage ich, geht auf 16 runter, konnten mich persönlich spielerisch nicht überzeugen. Ich war vor der Saison deutlich optimistischer, weil ich eigentlich auch ein paar Transfers von denen echt gut fand. Die haben auch in der Saison zwischenzeitlich Ausreißer gehabt, wo ich gesagt habe, boah, das war jetzt echt stark oder ein Spiel, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe, ganz klar. Dennoch ist für mich Bochum einer der Kandidaten für die Rückrunde, die schlechter Performance in der Hinrunde, glaube ich. Und deswegen ist Bochum bei mir auf Platz 16 und ich glaube auch nicht, dass da transfertechnisch sich jetzt noch sehr viel tun wird bei Bochum, muss man dazu auch noch sagen. Und die Mannschaften, die jetzt gerade unter Bochum sind, Union und Mainz, sehe ich zum Beispiel beide über Bochum am Ende der Saison. Aber ja, Bochum wäre Mainz 16. Okay, dann kommen wir zu dem ersten Klub von meiner Seite aus, der sich retten wird. Und das ist bei mir FSV Mainz 05. Ich weiß nicht warum, ich habe schon die ganze Zeit das Gefühl, habe ich auch oft gesagt, dass Mainz außer in den Zwischenphasen dann nicht so schlecht ist, wie es die Ergebnisse sagen. Gerade am Anfang unter Bo Svensson, dann gab es wirklich Spiele, die waren grauenhaft. Ich finde, es ist eine Stabilisierung zu erkennen unter dem neuen Trainer und ich glaube, dass der Gesamtkader, den finde ich eigentlich nicht schlecht, Johnny Burkhardt ist zurück, der hat verlängert und ich glaube, wenn irgendwann das mal kommt, habe ich schon ganz oft gesagt, dass ein Ajorg wieder das Tor trifft, dann ist das eine gute Mannschaft. Da kannst du von der Abwehr gehen, da kannst du über Tom Kraus, der auch noch Potenzial auf jeden Fall hat. Mir hat Barrero oft auch gut gefallen in den letzten Spielen. Vorne kann auch einen Richter noch mehr bringen. Burkhardt ist jetzt wieder mit dabei. Noni Sivo spielt unter seinen Möglichkeiten und ich glaube, das wird in der Rückrunde kommen und Mainz hat sich schon so oft am Ende auch gerettet, wenn sie Problematiken hatten und ich glaube, das wird auch dieses Jahr wieder der Fall sein und die kommen ja dann auch häufig normalerweise, wie eben in diesem ersten Spiel dann unter dem neuen Trainer Sievert mit so einem Spiel wie gegen Leipzig. 2-0 zu Hause gewonnen. Sowas kommt dann. Das sehe ich bei Mainz. Unerwartete Siege, was ich bei Köln eher nicht sehe und deswegen sehe ich sie auf 15. Ich habe Mainz auch auf 15 und würde noch ergänzen, dass auch ein Tom Kraus krass unter seinen Möglichkeiten noch spielt. Ich glaube, dass der viel mehr noch bringen kann. Auch ein Richter kann interessant sein, je nachdem, was der in der Rückrunde macht. Warum nicht? Hast du ja auch in einem Einspiel da gesehen, gegen Hoffenheim war der richtig stark. Ja, das ist es. Weipers ja noch verletzt, weiß nicht, wann der wieder da ist, aber ich finde eigentlich, ein krasser Kader. Genau, und ich finde eigentlich auch, dass Mainz kadertechnisch auf jeden Fall drinnen bleiben kann, aber auch spielerisch von Ansätzen zumindest her. Man muss immer wieder sagen, dass natürlich das auch gerade bei einigen Werder-Fans, die werden sagen, also die waren wirklich, wenn man jetzt nur das Spiel gesehen hat von Mainz, da waren die wirklich echt schlecht. Das war auch deren mit Abstand schlechtes Saisonspiel. Mit dem Spiel bei Hertha im Pokal vielleicht zusammen. Ja, genau. Und ich glaube, dass einfach bei Mainz viel mehr geht und kann mir sehr gut vorstellen, dass das sogar eine Rückrunden-Mannschaft wird, also dass die wirklich in der Rückrunde ordentlich Punkte sammeln und vielleicht auch noch weiter weg marschieren, aber ich habe die jetzt bei mir auch erstmal auf 15. Okay, mein Platz 14 ist der VfL Bochum und jetzt muss ich nochmal was dazu sagen. Ich glaube, ist natürlich nur ein Gefühl, ich glaube, dass ab Platz 14 schon ein bisschen Abstand dann sein wird. Also ich könnte mir vorstellen, dass 14, 15, 16, 17 sehr eng ist, vielleicht ist 18, irgendwann abgeschlagen, aber ich glaube, dass so ab Platz 13 dann schon wirklich ein bisschen Puffer ist, weil da fiel es mir auch sehr, sehr schwer, so sage ich mal, Platz 9 bis 13 zu bestimmen. Ich könnte mir vorstellen, dass für die Mannschaften irgendwann dann um gar nichts mehr geht, relativ früh in der Saison. 14 ist für mich aber noch Abstiegskampf, da sehe ich den VfL Bochum, weil, wie du es gesagt hast, die haben sich vor der Saison gut verstärkt und ich glaube jetzt mit der Vorbereitung, dass vielleicht der ein oder andere Spieler noch besser ankommen könnte. Ich denke da zum Beispiel an einen Quarteng oder an einen Wittek. Mir hat in der Hinrunde zum Beispiel Bernardo sehr gut gefallen. Ich glaube, da geht noch was und für mich ist Bochum immer gut und das ist wichtig im Abstiegskampf für Überraschungssiege zu Hause gegen Mannschaften, wo man keine Punkte erwartet. Am Ende ist im Abstiegskampf eigentlich wichtiger, dass du die direkten Duelle gewinnst. Das ist eigentlich immer das Entscheidende, weil das sind sechs Punkte Spiele sozusagen. Aber ich glaube, Bochum holt dann wieder den ein oder anderen unerwarteten Sieg zu Hause und deswegen sehe ich sie auf Platz 14. Sie sind derzeit ja auch auf Platz 14, haben sechs Punkte Vorsprung vor diesem Schneckenrennen und ich glaube, da werden sie sich ungefähr platzieren, aber trotzdem im Abstiegskampf drin bleiben. Das ist sehr interessant, weil ich habe auf 14 Heidenheim. Das heißt, genau andersrum. ich glaube nämlich, dass Heidenheim mit dem Kader, den sie haben, eigentlich total überperformt von dem, was man sieht. Und das machen die aber auf eine Art und Weise, wo ich sage, ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass es in der Rückrunde so weitergeht. Ich finde vor allen Dingen dieses freche Auftreten in der Offensive ist sehr schwer zu kontrollieren. Das heißt, wenn der Gegner den Ball macht und du dann Spieler hast, die das Spiel extrem schnell machen, wie mit einem Dinchy oder auch einem Beste, Beste allgemein auch ein super Ballverteiler bei Heidenheim. Ein Dinchy, jemand, der übrigens den schnellsten Wert in der Bundesliga gelaufen ist in dieser Saison, was schon extrem für deren Konterstärke auch sprechen kann. Dann hast du noch eine Standardgefahr, die immer schwer zu verteidigen ist, auch wieder durch Beste. Das heißt, wenn diese Einzesspieler keine Verletzungen erleiden oder irgendwie was Unvorhersehendes passiert, beispielsweise teures Angebot oder so, das wäre dann ja auch eher nur bei Weste der Fall, den Tizia ausgeliehen von Werder, das werden die nicht machen. Also den dann zu verkaufen im Winter, das wird nicht passieren. Ja, glaube ich, dass Heidenheim wirklich, und darauf können die ja total stolz sein dann, auf Platz 14 landen wird und gegen eigentlich alle Erwartungen in der Liga bleibt, weil, wenn man mal vor der Saison überlegt, weiß ich auf jeden Fall noch, ohne jetzt meine Prognose ausländisch zu können, aber dass sich Heidenheim und Darmstadt als klare Absteiger gesehen habe und da ist Heidenheim wirklich eine Mannschaft, die mich sehr positiv überrascht, auch viele geile Spiele hatte, weil es halt so ein, die lassen sich auch dieses Hin und Her ein, dieses zack, 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 zack mit Tempo, finde ich ganz geil, mein Platz 14, Heidenheim. Jetzt kommt mein Platz 13, ich hoffe, du und ihr hasst mich nicht, aber auf Platz 13 ist bei mir Werder Bremen. Wie gesagt, ich bin der Meinung, dass zwischen 9 und 13 das ziemlich eng sein wird, also das, was ich gestern hatte bei, wo war das, bei der zweiten Liga, so von Platz 12 bis 8 oder so, da dachte ich auch, oh, schwierig jetzt zu platzieren, das habe ich hier auch, ich glaube Werder wird zwischen, ich glaube die Saison geht genauso weiter wie diese Saison, also ich glaube, eher wie die Hinrunde, ich glaube es wird immer mal wieder Phasen geben, wo man sagt, ah, vielleicht können sie auch noch mal weiter oben ran, sind zwischenzeitlich dann vielleicht auch mal in einer oberen Tabellenhälfte und dann gibt es wieder Phasen, wo man sagt, boah, es gibt unter Werner keine Entwicklung. Ich glaube, das wird genauso weitergehen, ohne dass man jemals ganz unten drin landet, weil die Mannschaften unten drin zu wenig Punkte sammeln und das so ein Schneckenrennen ist. Deswegen glaube ich, Werder wird Platz 13 erreichen, was am Ende von der Platzierung vielleicht nicht so gut aussieht, was aber punktemäßig ruhige Fahrwasser sind. Wir wissen natürlich noch nicht, was bei Transfers passiert, aber ich glaube, dass ein Borei-Abgang auch jetzt nicht gerade förderlich wäre für den Fußball. Klar, kann man dann sagen, dann muss er mit Jinma spielen, ob er es dann wirklich macht, keine Ahnung und wie er den Spielstil dann umstellt, weil du mit dem Jinma vorne spielst, dann musst du den auch anders einsetzen als ein Borei und dann musst du wegkommen von diesen vielen langen Bällen, die jemand festmachen soll. Es sei denn, ihr holt jetzt noch einen Pizarro. Aber ich glaube, Platz 13, wie gesagt, könnte am Ende auch Platz 10 oder so sein. Da sehe ich Werder, weil ich ein paar Clubs habe, die ich da weiter oben noch sehe. Eigentlich ja frech, dass du Werder nicht Europa-League hast, aber die ist nur aus einer Sache verziehen, weil ich Werder auch auf 13 habe. Echt? Ja, ich habe Werder auch auf 13. Ich bin, also, das kann ich euch schon mal vorweg ja spoilern, ich glaube, ich werde immer in einer Purnose vor einer Saison bei Werder optimistisch sein, weil es da eigentlich der einzige Zeitpunkt ist, wo ich es kann. Also, wo man dann, weißt du, da kann dir niemand sagen, ja nö, du kannst es nicht machen, warum nicht? Weißt du, vor einer Saison kannst du immer sagen, geht mehr. Jetzt ist es so, dass ich einfach sage, klar, Boree könnte uns verlassen, je nachdem vielleicht, wenn das Video raus ist, kann es sogar schon feststehen, weil ich kann euch mal sagen, dass zum Zeitpunkt, wo wir das gerade aufnehmen, gerade vor 10 Minuten ein Artikel rauskam, dass der SC Internationale das Angebot erhöht hat und Werder nur kurz bei Werder, also Boree nur kurz bei Werder heute trainiert hat. Wobei die auch an Alario interessiert sein sollen, aber wir wollen jetzt nicht... Doppelt. Doppelt, die wollen beide. Die haben ja einen Fernsehdeal abgeschlossen, aber das ist, das kann man... Ja. Genau. Auf jeden Fall, kann es sehr, sehr gut sein, dass er dann schon weg ist, vielleicht, oder es feststeht. Auf jeden Fall haben wir aber gesagt, dass wir nachlegen wollen dann, also dass wir jemand Neues holen. Klar, muss der sich auch immer erstmal dran gewöhnen. Was ich mir allerdings sehr gut vorstellen kann, ist, dass Werder wirklich sagt, ey, wir gehen auf den Dreiersturm, den wir auch gegen Leipzig gespielt haben und werden eventuell, weil, also für mich persönlich ganz logisch eigentlich, auf dem linken Flügel, der dann reinrücken würde, wäre Romano Schmid. Gar nicht einen neuen Stürmer, den kannst du ja holen, für die Mitte aber eher, aber für den linken Flügel würde ich Romano Schmid da hinziehen, auf dem rechten Flügel Justin Jimmer, dann hast du vorne erstmal Dux und dann eben, wenn der Neuzugang funktioniert oder je nachdem, für wen du den holst, kannst du ja immer noch Dux wieder halb links spielen und den Neuzugang dann in der Mitte, aber das kann ich mir gut vorstellen, dann haben wir gesagt, wir wollen es verstärken im Mittelfeld und in der Abwehr, da weiß man halt jetzt zum Zeitpunkt gerade noch nicht, wer kommt da, wie wird das funktionieren auch und weil ich eben auch an dieses Hin und Her glaube, was du gerade schon mal gesagt hast, in schlechten Phasen wird glaube ich auch immer wieder Ole Werner ein Thema sein, auch in der Rückrunde und deswegen glaube ich, geht nicht viel mehr, auf der anderen Seite habe ich halt diese Hoffnung, wenn man auf einen Dreiersturm gehen würde, hoffentlich in naher Zukunft vielleicht sogar ein 4-3-3, ein 4-2-3-1 in so eine Richtung gehen würde, dass wir dann wieder so einen attraktiveren Fußball spielen, der einfach als Werder-Fan mehr Freude macht und dann geht, glaube ich, mehr. Also ich glaube, dass auch von dieser Werder-DNA heraus, bei sowas mehr geht, als wenn du hinten dicht machst und dann irgendwie versuchst, mal ein zu landen, weiß ich nicht. Hat man ja gegen Gladbach zum Beispiel in phasenweise gesehen. Genau, wo wir dann auch selber das Spiel gemacht haben, teilweise sogar besser als Gladbach gespielt haben dann. Ja, deswegen, ich bin auch bei 13, ich sehe einfach die anderen Mannschaften, die jetzt gleich kommen, vor uns. Das ist einfach das. Ja. Und jetzt aber weiterhin bleibe ich bei diesem 9 bis 13, total schwer für mich, da könnte ich mir auch anderes vorstellen. Ich habe jetzt auf 12 den FC Augsburg, wo ich aber sagen muss, ich könnte mir bei Augsburg sogar vorstellen, erstmal kann ich mir vorstellen, dass die im Winter wieder irgendwas machen, sogar noch, könnte ich mir bei denen immer vorstellen. Und das Zweite ist, ich finde den Fußball unter Tore wirklich gut und der hat jetzt das erste Mal eine Vorbereitung. Ich kann mir auch vorstellen, dass die am Ende in der ersten Tabellenhälfte landen. Also es wird eng. Ich glaube, Augsburg wird nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben, also gar nichts. Wird entweder eine Mittelfeldplatzierung oder gutes Mittelfeld in der ersten Tabellenhälfte. Aber da schätze ich auch die anderen Mannschaften ein, dass sie nicht schlafen und sich weiterentwickeln. Deswegen habe ich Augsburg jetzt auf 12 von dieser Vierer-Reihe da. Das ist schon witzig. Ich habe auch Augsburg auf 12. Ich bin gespannt, wo du gleich... Ich schwöre euch, wir sprechen uns nicht ab. Nee, wirklich nicht. Wenn die erste Halbserie ist, dann ist es halt ähnlicher. Ja, bei der Zweitliga-Pokno hatten wir auch viele gleiche Sachen. Aber jetzt, das ist ja schon... Jetzt haben wir, glaube ich, bis auf Bochum und Dings haben wir fast alles gleich. Aber ich bin mal gespannt, wie das... Aber ich wusste auch nicht, dass du Werder so tippst. Ich dachte, du machst ihn trotzdem auf 9 oder so. Ja, die Überlegung war da. Das weißt du ja. Aber nee, 12 habe ich auch Augsburg. Ich glaube einfach, dass unter dem neuen Trainer, der Fußball, den wir jetzt spielen, dass da einfach mehr mitgeht und dass sie deswegen auch nicht in den Abstiegskampf komplett reinkommen. Habe aber hier wirklich ein bisschen hin und her überlegt gehabt, weil ich kann mir auch vorstellen, wenn das zum Beispiel nicht funktioniert und die so spielen, wie gegen Bremen das Spiel, dann kann es für Augsburg auch nochmal enger werden und die könnten weiter runterrutschen. Trotz wieder einem guten Kader, trotzdem, wo ich eigentlich sage, da geht mehr, kann ich es mir dann vorstellen. Deswegen finde ich es schwierig. Trotzdem habe ich mich jetzt erst mal, weil ich daran glaube, dass das funktioniert mit dem Trainer und mit den Möglichkeiten, die sie haben, plus eventuelle Verstärkung auf zwölf entschieden und ich mache mal mit elf weiter, damit das nicht so aussieht, glaube ich, ich dir mal nachklapper. Elf Union Berlin bei mir. Ja, was soll ich dir sagen? Habe ich auch. Hast du auch? Ja. Dann weiß ich auch, dass wir wahrscheinlich bei zehn und neun wahrscheinlich auch gleich sein werden. Habe ich auch. Sag mal deine Begründung. Also bei Union Berlin glaube ich einfach, dass auf jeden Fall die eine bessere Rückrunde spielen als die Hinrunde. Das ist klar. Also der Kader gibt so oder so mehr her. Das ist klar, da brauchen wir ja gar nicht großes Ding aufmachen. Ich glaube aber auch einfach, dass jetzt, wenn die Einwand so in Lauf kommen, dann werden die ihre Punkte holen. Ich glaube trotzdem, aufgrund der Hinrunde eben, dass du auch nicht so viel mehr holen kannst, weil es immer wieder Rückschläge geben wird und dann wird der Kopf wieder mit dabei spielen. Also so einen richtigen Cut wird es erst nach der Saison geben, glaube ich. Ich denke aber, dass jeder Unioner, also Fan meine ich jetzt, zufrieden sein wird, indem die einfach erstmal die Liga jetzt halten. Nach dieser Hinrunde kann es nur erstmal darum gehen, die Klasse zu halten. Auch Union selber hat ja gesagt, darum geht es jetzt einfach nur, die Klasse zu halten und dann im Sommer den Kader unter die Lupe zu nehmen, zu schauen, wo will man dann hin, wie geht es weiter. Ich glaube aber auch auf keinen Fall, dass die absteigen werden. Deswegen ist es für mich auch im Mittelfeld, die Platzierungen sind einfach nur hin- und hergeschiebe. Union ist für mich einfach eine Mannschaft, die nichts mit dem Abschiedskampf zu tun hat, nichts oben zu tun hat, irgendwo im gesunden Mittelfeld landen wird. Das ist auch meine Begründung, wenn ich mir die anderen Mannschaften angucke, alle Mannschaften, die unter Union stehen, haben alle einen schlechteren Kader. Ich würde sogar sagen, Union hat noch einen besseren Kader als Mannschaften, die jetzt bei mir gleich noch kommen. Und mit dem neuen Trainer hast du schon gesehen, weißt du, was ich glaube, das wird wieder eine extreme Heimstärke geben, sie werden wieder sehr viele Heimspiele gewinnen, aber es wird auch Rückschläge geben, so wie bei diesem Auswärtsspiel gegen Bochum, wo man dachte, ey, was ist denn hier los? Also das 3-0 ist aber auch absolut verdient für Bochum, sowas wird es immer wieder geben. Deswegen werden die nicht durchmarschieren und auf einmal noch auf Platz 7 landen oder so. Aber ich glaube, die werden mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben. Und das haben wir ja auch schon Mitte der Saison gesagt, als diese Niederlagenserie kam. Dafür punkten die Mannschaften unten zu wenig. Wenn die Qualität unten besser wäre, wäre es auch nochmal was anderes, aber so sehe ich gar nicht, dass sie da Probleme haben. Weil den reichen ja, wie wir gerade schon mal gesehen haben oder wie wir es in der Hinrunde gesehen haben, mit zwei Siegen sind die ja sofort unten raus, komplett. Ja, ja, das ist das halt auch. Dafür ist es dann doch zu eng, und ich glaube auch, dass die das machen werden, sage ich dir ehrlich. Dann sag dein Platz 10. Wolfsburg. Okay, haben wir nicht gleich. Gott sei Dank, das ist ja mal was. Wolfsburg, glaube ich, wird Zehnter. Ich hatte sogar erst Wolfsburg auf Elf und Union auf Zehn. Ich glaube auch, dass das übrigens sehr eng ist, also diese Platzierungen. Ich glaube, dass Wolfsburg, und da muss ich tatsächlich einfach nochmal sagen, ich bin kein Kovac-Fan, also ich behalte allgemein nicht viel von seiner Art, Fußball zu spielen, oder auch teilweise die Kommunikation nach außen, mag ich auch nicht so gerne bei ihm manchmal. Ich weiß, in Frankfurt zum Beispiel war so das Einzige, wo er mir in der Zwischenzeit sympathisch war, muss ich sagen, aber jetzt so bei Wolfsburg auch gar nicht. Ich mag auch Wolfsburg nicht, deswegen tue ich mich da nochmal schwer. Trotzdem kann man natürlich irgendwo einordnen, sonst hätte ich ja auch RB auf 18 gewählt, wenn ich jetzt nur noch Sympathie wäre. Aber ich glaube, dass Wolfsburg in dieser Saison eine schwierige Saison haben wird, weil der Kader gibt mehr her, so wie jedes Jahr. Rein von der Erwartungshaltung muss mehr gehen. Ich glaube aber, dass die das nicht hinkriegen. Die schaffen es, keine Konstanz aufzubauen. Das gelingt auch seit Jahren irgendwie gefühlt nie richtig. Es gibt immer wieder Wackler nach hinten heraus, nach unten heraus. Und ich glaube, dass Wolfsburg auch in dieser Saison aufgrund der Mannschaften, die ich da drüber sehe, es nicht schafft, konstanter als diese Mannschaft zu spielen. Die einzige Mannschaft, die, wo man vielleicht sagen könnte, die noch dahinter landen könnte, hinter Wolfsburg, wäre mein Platz 9, da kommen wir aber ja gleich zu. Sonst sehe ich keine Mannschaft, die hinter Wolfsburg von denen landet. Deswegen ist bei mir Wolfsburg auf 10, mit keiner guten Rückrunde. Bei mir ist auf 10 Gladbach, ein bisschen höher als jetzt, weil ich glaube, dass die Gladbacher, wie gesagt, riesen Umbruch, sind jetzt auf Platz 12, haben gute Spiele dabei, müssen die Defensive in den Griff kriegen. Da gibt es auch viele Gerüchte um Abwehrspieler, die eventuell gehen könnten. Da hat sich Wirkus jetzt auch zu geäußert. Können natürlich auch nicht alle Abwehrspieler abgeben. Aber ich finde, das ist trotzdem ein Konstrukt, wo du was entwickeln kannst. Und ich finde, gegenüber anderen, die sagen, die mögen Seohane nicht so als Trainer, ich finde den eigentlich gut als Trainer, ich mag den. Und ich finde, an Ansätzen hat man gesehen, was Gladbach für einen geilen Fußball nach vorne spielen kann. Sie brauchen diese Konstanz noch, auch in einem Spiel. Paradebeispiel, das Spiel gegen euch als letzter Nachweis oder als Quelle dafür, wo sie es nicht geschafft haben, das, was sie eigentlich können, mal auf 90 Minuten zu leisten. Und ich glaube, das wird ein bisschen besser, aber es wird auch dort immer wieder Rückschläge geben. Aber sie haben eine gute Mannschaft, sie haben sehr viele entwicklungsfähige Spieler noch und ich glaube, das wird eine ruhige Saison, mit der die Gladbacher dann am Ende auch zufrieden sein können auf Platz 10. Ja, das ist ganz witzig, Platz 9 Gladbach, also praktisch 1 Hütte. Das ist auch die einzige Mannschaft, wo ich sage, die können von der Konstanz her hinter Wolfsburg noch landen, weil einfach dafür zu viel hin und her war. Es ist denen aber auch total verziehen. Wie gesagt, die haben ihr Umbruch ja, die haben dafür aber auch richtig geile Spiele gehabt. Deren Hauptproblem ist ja eigentlich, dass sie dann die Defensive nicht so richtig in den Griff bekommen. Nach vorne, wo man ja eigentlich mehr Umbruch auch erwartet hat, sage ich mal. Das machen die verdammt gut teilweise. Also da muss man wirklich sagen, so ein Honorar, auch ein Jordan ist richtig aufgeblüht in Gladbach. Ein Quanchara viel besser funktioniert, als wir am Anfang vielleicht gedacht hätten, wo wir auch so ein bisschen kritischer waren. Ein Koné ist wieder da, der auch in der Rückrunde, glaube ich, Dampf machen wird. Sollte der wechseln, wird es viel Geld geben für Gladbach. Also dann wird, glaube ich, nochmal neu investiert. In Weigel funktioniert super, als Ballverteiler muss man sagen, Rocco Reitz, Das ist eine super Entdeckung. Ja, das ist wirklich top. Und ich glaube, dass einfach bei Gladbach viel noch gehen wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass in der Defensive auch Kiarodia langfristig reinrotieren wird, weil er einfach, in der Defensive, da ist keiner so richtig gesetzt oder beziehungsweise da gibt es noch Fragezeichen auch, wo du manchen was machen könntest. Ja, ich glaube, Gladbach endet am Ende auf Platz 9 und im Umbruchjahr kann man vielleicht zufrieden sein mit 9, einigermaßen zumindest. Bei mir ist 9 Gladbach, also sind wir auch wieder nicht, äh, 9 Wolfsburg, sind wir auch wieder nicht weit auseinander. 9 ist Wolfsburg. Habe ich mich auch schwer getan. Ich hatte zwischenzeitlich sogar Augsburg vor Wolfsburg. Ich weiß, bei Wolfsburg könnte ich mir sogar vorstellen, dass im Laufe der Saison sogar nochmal ein Trainerwechsel stattfinden könnte, weil wir machen uns nichts vor, der Kader, da musst du um Europa mitspielen. Also ich habe neulich übrigens im Fitnessstudio hier in Berlin einen, der auch unsere Videos ab und zu guckt, getroffen, der Wolfsburg-Fan war. Ach was, der mag uns bestimmt. Ja, der war ganz nett. Liebe Grüße gehen raus. Und, ja, habe ich mich mit dem ein bisschen unterhalten und ich finde einfach weiterhin mit dem Kader, da muss mehr drin sein. Klar hatten die ab und an auch ein paar, oder haben weiterhin auch Verletzungsorgen, wie zum Beispiel mit einem Matcher, wenn der fit ist, bringt der auch nochmal ein ganz großes Level, aber das ist mir spielerisch, wie du es schon gesagt hast, bei Kovac viel zu wenig. Der Ansatz ist mir schon zu wenig, was er da machen möchte mit dieser Mannschaft, weil immer nur auf Effektivität gehen, um dann Spiele mal zu gewinnen, weil du eiskalt vorm Tor bist, das wird eigentlich dem Kader von Wolfsburg nicht gerecht, wenn du dir da mal die Einzelpositionen anschaust. Und ich glaube, das wird aber auch in der Rückrunde nicht wirklich viel besser werden. Mal gucken, ob sie mit Niko Kovac die Saison beenden oder ob am Ende dann Schluss ist. Ich glaube, es wird nicht wirklich um den Kampf um internationale Plätze gehen, auch wenn vielleicht Platz sieben reicht, um in die Conference League zu kommen. Wolfsburg bei mir, Platz neun, also genau die Mitte. Ja, kann ich auf jeden Fall verstehen. Dann, also ich glaube, wir haben ja dieselben acht Vereine jetzt in Verlosung zumindest noch. Genau. Und mein Platz acht ist Hoffenheim. Ja, meiner auch. Digga, das ist ja geisteskrank. Aber ich sage, um es vielleicht nochmal ein bisschen spezifischer zu sagen, ich sage, zwischen Wolfsburg und Platz acht, also Hoffenheim, ist dann auch ein bisschen Abstand. Also für mich ist Platz acht dann die ganze Zeit noch in der Verlosung um sieben, sechs, vielleicht sogar um fünf. Aber eher um sieben, Platz zehn, äh, Platz neun Wolfsburg ist aber dann schon weiter weg. Soll ich kurz was sagen? Ja, sag. Bei mir ist acht und sieben sehr gleich, also punktetechnisch. Und die kämpfen um Platz sechs. Bei mir ist aber Platz sechs und fünf habe ich für mich geschrieben, werden punktetechnisch um Platz fünf kämpfen. Da werde ich safe was anderes haben als du, glaube ich. Und dann Platz vier, drei ist nochmal für sich, Platz eins und zwei für sich. Also es sind wirklich so immer zwei Etappen bei mir jetzt. Deswegen wird es interessant. Aber Hoffenheim, ja, Hoffenheim acht sind wir uns einig. Die haben ja eigentlich auch im Kader teilweise Spieler, wo du dann sagst, ey, krass, was die jetzt dann auch für eine positive Entwicklung genommen haben, wo man sagt, Wahnsinn, also Maxi Bayer zum Beispiel, hätte ich jetzt zumindest vor der Saison so nicht erwartet, sage ich jetzt ganz ehrlich. Bei Hoffenheim ist immer noch immer möglich, dass die im Winter nachlegen. Also da könnte auch immer mal jemand kommen, selbst wenn gar kein Gerücht da ist. Letzte Woche kann auf einmal jemand noch kommen, das weißt du nicht. Und die haben eigentlich so schon einen ganz guten Kader, muss man sagen. Dann haben die noch Spieler, die bis jetzt noch nicht so fruchten, wie Merin Berischer, auch verletzt. Weißt du nicht, ob der in der Rückrunde nicht vielleicht auch mal komplett durchstartet. Berghorst als, sage ich mal, erfahrener Mann am Start, dein Lieblingsspieler Brooks, wo man dann gucken muss, in welche Richtung das noch geht. Ist für mich ein super interessanter Kader eigentlich. Baumann ist ja auch in der Saison seines Lebens so gefühlt. Also der ist super stark. Das hilft natürlich auch dann, wenn du so einen Verlass hinten hast. Ja, ich glaube einfach, dass wenn bei Hoffenheim die Spieler, die bis jetzt noch nicht so ganz funktioniert haben und die anderen ihr Level halten, dass da einfach viel geht. Und deswegen, glaube ich, ist in Platz 8 auf jeden Fall drinne. Ich schließe mich da an. Ich sage sogar, ich finde, mit dem Kader könnte man sogar viel mehr rausholen. Also wenn ich mir jetzt so vorstelle, als Beispiel, du willst so einen Fußball spielen wie Sebastian Hoeneß. Ich glaube, dann würde viel mehr noch mit dem Kader gehen. Ich glaube, die sind gar nicht am Maximum. Ich sage ja, viel über Konter, deswegen, vielleicht auch deswegen, sehr heimschwach, Hoffenheim, weil zu Hause bist du ja dann häufig auch die Mannschaft, die mal das Spiel machen muss. Ich sage, das habe ich schon mal gesagt, was passiert, was passiert, wenn die Mannschaften sich darauf einstellen und Hoffenheim den Ball überlassen? Wie kriegen sie es dann eben hin? Wie kriegen sie es dann gelöst? Dann haben sie Probleme und das ist natürlich in der ersten Saisonhälfte immer noch was anderes, wo dann zum Beispiel Stuttgart voll in die Falle getappt ist und sich nur Kontertore gefangen hat zu Hause. Und ich glaube, das passiert nicht mehr so viel in der Rückrunde. Dem Kader würde ich sogar Platz sechs oder so zutrauen, aber ich bin nicht zu 100 Prozent von dem Spielerischen überzeugt. Aber was man dazu sagen muss, sie haben vielleicht einen Vorteil gegenüber den Mannschaften, die jetzt alle noch kommen oder viele von den Mannschaften, die noch kommen. Sie haben nämlich keinerlei Doppelbelastung mehr und haben breiten Kader und wie du gerade gesagt hast, kommen auch Spieler zurück wie ein Berischer, der vielleicht noch durchstarten kann etc. Das ist zum Beispiel ein Vorteil gegenüber Freiburg und Frankfurt, sofern die noch länger drin bleiben sollten, weil die haben nicht so eine, beide, vor allem Freiburg, nicht so eine Kader, dass sie jetzt mega rotieren können und haben dann wirklich häufig englische Wochen eventuell. Und bei Freiburg gibt es ja auch noch, also wir können übrigens zu Freiburg auch kommen, weil da ist mein Platz sieben. Meiner auch. Das ist ja verrückt. Und da gibt es ja wahrscheinlich alles. Nee, nee, das glaube ich nicht. Aber ein paar zumindest werden wahrscheinlich. Junior Adamu zum Beispiel ist so ein Stichwort, ist ja eigentlich der Spieler, wo ich dachte, boah, mal gucken, was der in Freiburg macht. Am Anfang verletzt gewesen, dann immer wieder eingewechselt worden, aber überleg mal, der hat zwölf Einsätze, sechs Prozent Spielminuten und keinen Startelf-Einsatz in der Bundesliga gehabt. Der DFB-Pokal war einmal von Anfang in der Europa League bei einem Eimer von Anfang an und in der dritten Liga wurde er bei zweiten dann nach der Verletzung. Das ist einfach viel weniger, als ich selber dachte. Ich dachte, der wird so der Spieler bei Freiburg. Wenn der in der Rückrunde aber funktionieren sollte, also mehr reinkommt, dann wäre ich da auch sehr interessant. Es gibt ja auch schon das ein oder andere Gerücht bei Freiburg. Leopolds Querfeld zum Beispiel von Rapid Wien ist ja bei denen in der Verlosung, dann hat man immer wieder auch schon gehört, gab vielleicht Tanaka könnte zu Freiburg wechseln. Also ich glaube auf jeden Fall, dass die sich im Winter auch nochmal verstärken können. Ich glaube auch, dass das finanziell passt, dass die sich nochmal verstärken könnten. Ich glaube, dass Freiburg einen sehr, sehr gut strukturierten Kader hat. Wenn da noch die eine oder andere Verstärkung kommt, geht da mehr. Man braucht aber mehr Kaderbreite, vor allem, wenn man langfristig oben weiter so mitmachen will. Natürlich dann auch die Frage, inwieweit man da vielleicht auch auf ein Risiko geht, in Anführungszeichen jetzt. Aber Freiburg kommt vor allen Dingen über das Team. Ähnlich so wie bei Heidenheim auch. Du brauchst jetzt nicht zwangsweise alle Einzelspieler, aber ein paar sind einfach wichtig. Und unersetzlich. Genau, wie zum Beispiel Grifo, das ist dann wie bei Beste, bei Heidenheim, Grifo bei Freiburg. Und ich glaube, dass Freiburg diese Rückrunde auch gut abschließen wird. Und die sind auch manchmal, die haben so viele Spiele, wo die dann auch, dann gewinnen die bei Bremen auch 1-0-96. Das gibt es ganz oft. Ja, und das ist so, weißt du, wenn du das immer wieder bestätigst, dann ist es kein Zufall mehr. Das ist halt, Die haben selber den Glauben auch dran. Die haben auch den richtigen Trainer dafür. Sie sind sehr standardstark, über Jahre, durch Grifo natürlich auch. Und wie du es gerade erwähnt hast, deswegen für mich auch auf Platz 7, sie haben noch ein paar Spieler, wo sogar noch mehr geht, wo ich ein tolles Potenzial sehe. Ich würde neben Adamu dann, den ich auch jetzt genannt hätte, zum Beispiel auch noch Merlin Röhl nennen, der eine tolle Hinrunde gespielt hat. Ich finde, sie sind in der Abwehr mit Ginter, der fantastisch spielt. Das ist einfach eine Mannschaft, die auch so von der Chemie, wenn man sich die anguckt, zusammenpasst. Du hast ja kaum irgendwie einen, wo du das Gefühl hast, boah, der hat die mega Allüren. Nee, jeder kennt seine Aufgabe und wenn er nur eingewechselt wird, wird er nur eingewechselt. Ich glaube, dass Freiburg mal wieder überzeugt und sich einfach in diesen, ja, in diesen Kampf um Europa jetzt langfristig festgesetzt hat. Und das ist ja das Schöne, Freiburg zeigt es uns wirklich, dass du ohne viel Geld mit langfristiger Arbeit es schaffen kannst, dich oben festzusetzen. Weil, wovon kommen die? Die kommen von, wir waren in der zweiten Liga mit Christian Streich, zu, wir können Spieler wie Adamu verpflichten. Also, das wäre vor zehn Jahren undenkbar gewesen. Ja, ja, das wäre absolut undenkbar gewesen. Das ist einfach eine Riesensteigerung, die die ja auch geschafft haben. Und das ist eigentlich immer wirklich das Schöne, wenn das Vereine dann auch langfristig bestätigen können. Da muss man ja auch sagen, auch bei Union wird das noch sehr spannend werden, wenn die wieder hochkommen, wie das die nächsten Jahre ist. Wenn die es zum Beispiel auch schaffen oder auch Stuttgart zum Beispiel jetzt. Ja. Das sind alles geile Beispiele, auch zum Beispiel Eintracht Frankfurt. Ja. Weil die auch vor ein paar Jahren noch Relegation gespielt haben. Absolut. Und seitdem spielen die jedes Jahr in den Top 8 eigentlich mit. Also, das muss man auch mal loben. Und da übrigens auch immer an die Leute, die sagen, ja, weil die jetzt finanziell besser dastehen, die standen bei der Relegation ähnlich da. Die haben danach einen Umbruch gemacht, selber überlegt, wie die sich finanziell verbessern können, das dann umgesetzt und sind fußballerisch einfach höher gegangen. Wenn dann auf einmal Marktwert-Explosionen passieren, die kannst du vor der Saison gar nicht sehen. Kostic war auf einmal sechsmal so viel wert, wo du dachtest, so krass. Rebic. Ja, Danny da Kosta hat auf einmal die Saison seines Lebens gespielt. Der spielt jetzt bei Mainz außen vor, in Anführungszeichen. Der war da unfassbar gut. Rebic, Jovic, Laie, wo du so dachtest, geisteskrank. Also, ja, auf jeden Fall. Wie haben sie sich selber da hin erarbeitet? Was ist denn Platz 6? Borussia Dortmund. Ne. Da werde ich mir wahrscheinlich ein paar Feine machen. Ui, ui, ui. Erläuter mal ein bisschen. Ja. Da gehe ich sofort gerne auch drauf ein. Ich persönlich muss einfach sagen, ich bin diese Saison überhaupt nicht vor Dortmund überzeugt. Ich finde, dass die weder einen attraktiven Fußballspielen, also Fußballspielen, noch einen erfolgreichen Fußball. Ich finde, dass du natürlich ein Stück weit damit ein paar Punkte rausziehen kannst, wie beim Leverkusenspiel. Da habe ich dir hier auf dem Kanal sogar gelobt. Nicht, weil ich das geil finde, wie die gespielt haben. Ich bin da gar kein Fan von. Aber gegen Leverkusen war es die Taktik, um wenigstens einen Punkt zu holen. Du hast von Anfang an gesehen, wenn du fußballerisch mit versuchen würdest, mitzuhalten mit Leverkusen, hast du keine Chance. Und dass du das sagen musst, nach der letzten Saison, zu dieser Saison, wo du die letzte Saison eigentlich als Erster sein können, zeigt, wie A krass Leverkusen sich entwickelt hat und wie B wie schlecht eigentlich Dortmund sich entwickelt hat. Von der Art und Weise, wie sie auftreten, das Mentale, auch wenn das natürlich immer bei Dortmund so ein Ding ist, ja, mental und bla bla. Aber ich finde, dass ich da auch keine Entwicklung sehe, auch Richtung Ende der Saison. Ich finde, zwischen Champions League und Bundesliga-Auftritten sind Riesenabstände. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es in der Saison noch einen Trainerwechsel geben wird. Dadurch vielleicht ein bisschen Chaos auch reinkommen wird. Vielleicht wird es dann auch besser laufen, weil die dann vielleicht einen anderen Fußball spielen. Trotz dessen glaube ich persönlich, dass Borussia Dortmund nicht vor den Fünf, die ich gleich da nenne, abschließen wird und denke, dass sie aufgrund, weil sie eben an den Sachen festhalten, was sie gerade machen und ich einfach da nichts sehe oder keine Steigerung sehe, glaube ich nicht, dass die gut in die Rückrunde starten werden, verpassen damit ein paar Spiele, ein paar Siege und dann hängen sie hinterher und dann geht einfach nicht mehr viel. Deswegen Platz 6 Dortmund. Heftig, aber es ist auch nachvollziehbar. Ganz ehrlich, ich komme ja auch bald zu Dortmund. Jetzt komme ich erstmal zu Eintracht Frankfurt, die auch Schwankungen in ihren Leistungen hatten, wo ich aber das nicht so negativ bewerten würde. Also erstmal, verkrafte erstmal so einen Wechsel wie von Lindström und von Kodomuani. Die kannst du ja gar nicht 1 zu 1 ersetzen erstmal. Gerade Kodomuani in der Form der Vorsitzende, Saison. Dann haben sie ja nicht mal Ersatz geholt für Kodomuani. Sie haben einen neuen Trainer geholt, der eine Spielphilosophie hat. Sie haben sehr viele junge Spieler geholt, wo ich eigentlich sogar gedacht hätte, die brauchen mehr Anlaufzeit wie ein Larsson, ein Pacho. Ein Skiri hat sogar ein bisschen Anlaufzeit gebraucht. Jetzt haben sie Donny van de Beek verpflichtet. Ich hoffe, weil ich ihn sehr mag, dass er funktioniert bei Frankfurt, dass er denen nochmal ein Element gibt. Sie werden wahrscheinlich einen Stürmer verpflichten, der ihnen nochmal einen richtigen Push gibt und ich glaube, auf lange Sicht wird sich auch bei Eintracht Frankfurt der Fußball von Dino Topmöller durchsetzen. Ich glaube, das ist, habe ich ja schon ganz oft gesagt, eines der coolsten Projekte für die Zukunft Eintracht Frankfurt, so was die für Transfers tätigen und wie die das alles planen. Ich glaube, die können sich richtig da oben festsetzen, wie du es vorhin schon beschrieben hast, auch weiterhin, dass sie dann irgendwann, die haben ja einen Larsson auch nicht billig eingekauft, dass der dann irgendwann für 40 Millionen geht. Ey, der ist erst 19. Oder das ein, oder ein Shaibi oder so. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das passiert. Haben eigentlich auch einen flexiblen Kader, dann spielt halt mal Knauf oder spielt mal Dina Ebimbe. Ich glaube, das wird eine gute Saison auf Platz 6, womit man zufrieden sein kann und ich könnte mir sogar vorstellen, je nach Transferphasen, dass es nächste Saison dann sogar noch besser wird. Noch habe ich sie allerdings hinter Borussia Dortmund eingeschätzt, aber ich finde deine Schlussfolgerung zu Dortmund auch nicht komplett aus der Luft gegriffen. Also ich bin ja auch mehr als enttäuscht, da komme ich ja gleich nochmal zu. Mein Platz 5 ist Eintracht Frankfurt. Deswegen kann ich das alles so übernehmen, was du gesagt hast. Giri ist für mich so ein Problem beim Afrika Cup jetzt. Allgemein die Ausfälle dann, wo ich mir bei Frankfurt nicht so ganz sicher war, wo ich gesagt habe, mal gucken. Shaibi glaube ich auch, wo man dann vielleicht mal schauen muss, wie das läuft, aber Van de Beek ist schon mal ein Top-Transfer. Ich hoffe, dass der möglichst schnell zur Altersstärke kommt, dass der auf jeden Fall Ich glaube, dass der definitiv funktionieren wird bei Frankfurt. Ich glaube aber leider, dass es ein bisschen Zeit braucht. Deswegen hoffe ich, dass man da so ein bisschen das Gutes überwucht bekommt. Jetzt aber zu zwei, drei Themen, die wir nennen müssen. Buré, Alario werden wahrscheinlich beide verkauft. Das liegt eben vor allen Dingen daran, dass SC Internationale den Fernsehdeal ja unterschrieben hat. Die haben 20 Prozent der Fernseheinnahmen, ich glaube für fünf Jahre oder so verkauft. Oder noch länger, ich weiß gar nicht. Oder 20 Jahre sogar. Auf jeden Fall haben die ordentlich Kohle bekommen. Und deswegen wollen die eben auch beide Stürmer holen. Das heißt, für Frankfurt wird neues Geld da sein, was du eigentlich im Winter nicht gehabt hättest. Und die haben ja noch das Kulumuani-Geld. Darauf komme ich jetzt. Zu dem Geld von Kulumuani. Das heißt, Kalajcic ist gerade im Gespräch als Stürmer. Wenn die den holen, wäre es schon mal richtig, richtig stark. Dann Van der Beek, da wirst du schon mal, glaube ich, die Kaufoption parat tun. Also, dass du das schon mal hast für den Fall, dass er einschlägt. Und vielleicht kommt noch ein dritter Spieler, den wir jetzt noch gar nicht auf dem Schirm haben. Das heißt, ich glaube, dass Frankfurt sich im Gegensatz zur Hinrunde noch mal deutlich verstärken wird, dass da ordentlich Qualität reinkommt. Und ich war ja bei Frankfurt am Anfang ähnlich skeptisch wie bei Dortmund. Ich fand auch die Spielweise von Frankfurt überhaupt nicht gut am Anfang. Auch wenn da viele unentschieden dann bei rumkamen und halt keine Niederlage. Trotzdem hat mir immer wieder was gefehlt und vorne konnte auch keiner am Anfang überzeugen. Weder ein Gangkamp, der ja sogar sehr enttäuscht hat dann, noch ein Mamouche am Anfang. Also, es war ja so ein Hin und Her. Wobei Mamouche das schon deutlich besser gemacht hat, muss man auch zugeben. Ja, aber hinten heraus wurde es eben wirklich stärker und besser und die haben einige Spieler gewonnen, womit man dann vielleicht auch nicht so gerechnet hätte. Unter anderem ja auch das Bayern-Spiel, wo du so gedacht hast, Alter, was ist eigentlich möglich? Was geht da eigentlich? Ja, und ich glaube, dass Frankfurt mit den Verstärkungen, die die bekommen werden jetzt im Winter, eine bessere Rückrunde spielt als die Hinrunde. Und ich glaube einfach, dass Frankfurt mit den Verstärkungen vor Borussia Dortmund landen wird. Und ich glaube auch nicht, dass Dortmund krasse Verstärkungen haben wird im Winter. Deswegen ist hier, ja, jetzt aber ein Sancho, mit der Spielweise, die Dortmund spielt, sehe ich auch noch nicht als Verstärkung. Wenn die jetzt einen offensiven, geilen, attraktiven Fußball spielen würden, wäre ich bei dir. Also, weißt du, dann würde ich sagen, ja, aber so sehe ich das noch nicht. Und deswegen, ich glaube, Frankfurt vor Dortmund. Ich sehe das alles genauso, habe aber Borussia Dortmund auf fünf, weil sie noch immer extreme individuelle Qualität haben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Veränderungen auf der Co-Trainer-Position sich schon positiv auswirken. Es ist natürlich immer möglich für Dortmund auf einmal so eine Rückrunde zu spielen wie letztes Jahr. Wobei da wirklich eben dann auch der Glaube dran war, die Ergebnisse zu holen, auch wenn die Leistung manchmal gar nicht so gut war. Ich denke aber dieses Jahr, die vier Mannschaften, die vor Dortmund sind, die schlafen auch nicht. Die entwickeln sich auch weiter, die werden im Winter auch Dinge tun. Und wenn Dortmund es nicht schafft, den Fußball zu verändern, dann könnte ich mir sogar vorstellen, wie du es gesagt hast, dass Frankfurt vor ihnen landet, weil dann bringen dir diese Transfers auch nicht. Sie haben weiterhin tolle Spieler, die teilweise für mich auch nicht optimal eingesetzt sind. Und ein Sancho, der jetzt bei Manchester United so lange nicht funktioniert hat, den sofort in einem System, wo auch nicht alles glatt läuft, so dahin zurückzukriegen, dass er so eine Verstärkung ist, dass er dir auf einmal wieder in 17 Spielen zwölf Scorer-Punkte macht. Das ist gar nicht so eine einfache Aufgabe, auch wenn Terzic natürlich sehr gut ist mit Sancho, das weiß man ja. Aber ich sehe es da ähnlich, da sind die anderen Mannschaften mir einfach weit voraus und ich glaube nicht, dass es da in der Entwicklung so einen krassen Abriss geben wird in der Rückrunde. Alle vier Mannschaften, die ich vor Dortmund jetzt habe, spielen für mich eindeutig besseren Fußball. Ich würde, wenn wir jetzt die letzte Saison oder die letzten acht Spiele vielleicht so als Beispiel nehmen, würde ich sogar sagen, spielt jetzt auch Frankfurt besseren Fußball als Dortmund. Ich tippe Dortmund auf fünf. Es gibt ja wohl immer noch die Möglichkeit, dass es diese Saison für den Champions-League-Platz reichen könnte. Das werden wir dann sehen. Ansonsten wäre das eigentlich ein fatales Ergebnis für Dortmund, wenn du nicht in die Champions-League kommst, weil dann wird die nächste Transferphase auch nicht einfacher. Ich muss ja sagen, aktuell wäre es kein Champions-League-Platz. Aktuell wäre es kein Champions-League-Platz und das wäre dann schon eine Katastrophe eigentlich für Dortmund. Weißt du, was ich schon krass finde? Es ist ja schon heftig, dass wir beide sagen oder beide in unseren Prognosen, Dortmund, die letztes Jahr fast Meister geworden sind, nicht auf dem Champions-League-Platz tippen. Also das zeigt ja auch schon, wie das Ansehen in dieser Saison bei Borussia Dortmund ist. Und das ist eigentlich, oder das gibt ja auch viele Dortmunder Bedenken, das sind ja auch viele sehr, sehr kritisch. Das muss man ja auch sagen. Es ist ja jetzt nicht aus der Luft gegriffen, sondern es ist einfach aufgrund, wie sie auftreten, wie sie spielen, das ist einfach nicht überzeugend und es ist auch keine Besserung in Sicht, das muss man ganz klar so sagen. Wenn die an dem Fußball festhalten, also ihren erfolgreicheren Fußball, sehe ich das überhaupt nicht. Da kann auch, egal wer da jetzt kommt. Das sind sechs Punkte zu Leipzig, sieben Punkte zu Stuttgart, das ist nichts. Beide brauchen nur mal eine schlechte Phase und Dortmund drei Siege in Folge. Das ist nicht unrealistisch, dass sowas passiert da oben in der Tabelle. Aber ich sehe es im Moment einfach nicht. Wie du es schon sagst. Also was soll sich so krass ändern da jetzt? Ja. Dein Platz vier, glaube ich, also ich sage meinen Platz vier, aber ich glaube, dein Platz vier wird wahrscheinlich Stuttgart sein. Mein Platz vier ist RB Leipzig, die ich da getippt habe. Ich persönlich, ich hatte zuerst Leipzig auf drei und Stuttgart auf vier. Dann habe ich immer wieder so überlegt, Alter, also rein von dem Fußballerischen von dieser Saison nur, und wir reden ja auch über diese Saison einfach nur, nicht von, finde ich einfach, Stuttgart spielt gefährlicheren und attraktiveren Fußball als RB Leipzig. Und ich glaube, dass wenn die Stuttgarter dieses Niveau bis zum Ende der Saison halten können, dann können die wirklich mehr erreichen als Platz vier. Und deswegen habe ich auf Platz vier RB Leipzig. Ich glaube, dass RB Leipzig rein vom Kader her gesehen, natürlich müssen wir darüber sprechen, dass sie in den Top Dreien sind. Ist ja klar. Rein vom Kader her. Die haben auch Spieler, die einen total überzeugen, wie eben, den ich ja auch bei den Top-Spielern hatte. Übrigens, falls ihr die Folge nicht gesehen habt, Top- und Flop-Spieler der Saison, könnt ihr auch gerne abchecken. Wie zum Beispiel eben Xavi Simmonds, den ich ja da auch drin hatte, oder auch No Pender, wo man klar auch erwartet hat, dass der irgendwie so funktioniert. Aber am Ende müssen sie ja trotzdem erstmal einschlagen. Geld schießt dann eben doch nicht immer Direkttore. Das haben wir auch schon oft gesehen. Trotzdessen sind da echt viele super, super Kicker dabei. Dann kommen Verletzte, die zurückkommen. Dann kommen eventuelle Winterverstärkungen. Dann wird natürlich auch ein bisschen aussortiert. Forstberg geht, Werner soll verliehen werden. Vielleicht gibt es da nochmal ein bisschen Rotation. Elmas kommt. Genau, aber ich glaube einfach nicht, dass RB Leipzig vor meiner Top-3 sozusagen landen wird. Ich bin mir aber ziemlich sicher, das ist so meine Prognose, sag ich mal, dass die auf jeden Fall vor Frankfurt und Dortmund landen werden. Und deswegen habe ich RB Leipzig auf vier, nicht weil die schlechten Fußball spielen, sondern einfach, weil manchmal fehlt dann die Konstanz, die du vielleicht brauchst in den Top-3, wie zum Beispiel Bochum, das Spiel, wenn man nur mal daran erinnert, wo die mich gar nicht überzeugt haben, wie zum Beispiel das Spiel gegen Werder, da haben die mich auch nicht überzeugt, sei auch ganz ehrlich. Ja, deswegen habe ich die auf vier. Ich gehe mit deiner Argumentation absolut mit. Ich empfinde das auch genauso in der Hinrunde. Ich glaube aber, dass in der Rückrunde da noch mehr drin ist und dass sich Leipzig da noch entwickelt. Ich habe Stuttgart auf vier, was eine wahnsinnige Platzierung wäre, wenn sie das wirklich schaffen, dass sie in die Champions League kommen, nachdem sie davor Relegation gespielt haben und dann eben noch Spieler abgegeben haben. Ich finde derzeit auch, stand jetzt, Stuttgarts Fußball attraktiver als den von RB Leipzig. Ich finde ihn erfolgsversprechender, zumal Stuttgart ja sehr, sehr viele Tore mehr eigentlich noch erzielen müsste, wenn man mal ehrlich ist. Wenn man sich die Torchancen in gewissen Spielen anschaut, dann müssen die eigentlich deutlich mehr Tore erzielen, was ja eigentlich dafür spricht, dass sie sich sogar noch positiv entwickeln können. Ich glaube schon, dass der Afrika Cup einiges ausmachen wird. Keine Ahnung, ob Giras hier geht. Ich glaube, dass man auch mit Undaf rein theoretisch in die Champions League kommen könnte, selbst wenn Girasi fehlt, warum auch immer, ob er jetzt wechselt, verletzt ist oder was auch immer, weil das ist nicht nur Girasi, auch wenn der der überragende Mann war in der Hinrunde. Das ist nicht nur Girasi. Der profitiert auch von diesem Spiel. Und deswegen, ich glaube dran, dass sie vor Dortmund in der Champions League landen, aber ich glaube, dass Leipzig sie noch überholen wird. Dann kann ich ja gleich sagen, mein Platz drei ist RB Leipzig, die mich auch weniger überzeugt haben als Stuttgart in der Hinrunde, die aber einen tollen Kader haben. Und ich glaube, dass da auch einige Spieler sich noch entwickeln können. Ich glaube, Orban, wenn der wirklich dann wieder da ist, bringt auch noch mal ein bisschen was mit rein. Es gibt ein paar Spieler, die unbedingt mit zur EM auch wollen. Das ist bei Stuttgart auch nicht anders, aber Henrichs hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Den habe ich ja sogar in meine Top 11 mit reingewählt, der Hinrunde. Ich glaube, dass RB Leipzig dann es schafft, solche Spiele wie gegen euch oder wie gegen Bochum häufiger zu vermeiden oder auch gegen Darmstadt. Da haben sie zwar gewonnen, aber es war nicht so wirklich zauberhaft, sage ich mal. Ich glaube, da wird auch ein Xavi Simmonds sogar noch mehr aufgehen. Manchmal war es mir nämlich so, bei RB Leipzig sah alles sehr, sehr energetisch aus, sehr, sehr schnell nach vorne und dann war es einfach viel zu schnörkelhaft. Manchmal auch von Xavi Simmonds war mir zu schnörkelhaft vorne dann. Und wenn sie das noch abstellen, glaube ich, dann werden sie auf Platz 3 landen am Ende. Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass ja bei Stuttgart ich vor allen Dingen auch interessant finde, da hatten wir nämlich vorhin bei Köln ja drüber geredet, der Deal, dieses Top-Talent, ist bei denen ja sogar im Gespräch. Also das könnte da auch nochmal sehr interessant werden. Ich bin bei allem eigentlich bei dir, vor allen Dingen eben, dass sie mich mehr überzeugt haben, Stuttgart, als RB Leipzig in der Hinrunde. Und das war ja auch der Grund, warum ich Stuttgart auf 3 gesetzt habe. Stuttgart bei mir Platz 3, Spieler vor allen Dingen. Gerasi ist jedem Jahr klar, aber jetzt auch während Gerasi beim Africa Cup ist. Spieler wie Mio, die überragend im Mittelfeld fungiert haben, egal ob ZOM oder auch ZM, der war ja, zwischenzeitlich hat er sogar Achter gespielt, wo dann Stiller auf der Bank war. Das war geisteskrank. Ich glaube, das war sogar beim Spiel gegen uns, wo Mio dann Achter gespielt hat. Da hat er neben Karazor gespielt. Stiller war auf der Bank und ich dachte, hä, wie machen die denn jetzt? Weißt du? Und Doppelsturm. Und es hat trotzdem funktioniert. Also das ist einfach ein klarer Plan zu sehen, das ist eine Riesensteigerung zu sehen. Chris Führig hat mich auch wahnsinnig überzeugt. Zwischenzeitlich sogar ein, zwei noch liegen lassen, wo man sagt, den muss er da machen. Leveling genauso. Da muss einfach offensiv da manchmal noch ein Tick mehr kommen, wenn ich überlege, was Undaf für Vorlagen da gemacht hat auch. Der hätte auch schon besser stehen können, muss man auch so sagen, sowohl bei der eigenen Trefferquote als auch beim Vorlagen. Trotz dessen bin ich vollstens von überzeugt, dass auch mit einem Undaf Champions League drin ist, sogar vielleicht wegen Undaf, weil ich einfach ihn für einen unfassbar guten Fußballer halte. Ich bin mir so sicher, dass die eigentlich auch die Kaufoption ziehen werden. Dafür spielt er einen viel zu guten Fußball. Er ist im besten Fußballalter mit 27 auch. Und ich glaube auch, der wird in der EM ein großes Thema sein. Wir hatten den ja schon vor zwei Monaten mal drin gehabt beim EM-Kader auch in Stiller, dass der in Endo so wegmacht, ist geisteskranken. Wagnummern wirst du jetzt komplett mit in der Rückrunde haben, bei der Vorbereitung haben, der am Anfang gefehlt hat. Dann hast du einen Waldemar Anton, wahrscheinlich in Höchstform, muss man einfach auch mal so sagen. Einen Nübel, der da hinten auch top funktioniert. Also alles in allem hat Stuttgart einen ganz, ganz tollen Kader. Ich weiß nicht, inwieweit die sich im Winter noch verstärken werden. Fakt ist ja auch, ich glaube, der Porsche-Deal ist jetzt mittlerweile ja durch. Also eine finanzielle Sicherheit ist auch irgendwo gegeben. Selbst wenn Gerasi geht, kannst du finanziell wieder neu agieren. Wenn er aber bleibt, kannst du vielleicht auch schon, weil du eben gerade auf drei stehst, ein bisschen was riskieren. In Anführungszeichen natürlich immer noch in den Verhältnissen. Aber vielleicht ein bisschen noch was machen, auch betreffend Kaderbreite. Ich glaube, da geht immer ein bisschen was. Tanaka war ja auch mal im Gespräch bei Stuttgart. Ist den ja wohl zu teuer gewesen. Aber auch Damian Pizarro, wo wir über Bremen gesprochen haben, der war auch bei Stuttgart im Gespräch. Oder ist bei Stuttgart im Gespräch. Könnte auch interessant werden. Kalajic wurde ja auch lange genannt, wobei der jetzt ja wohl zu Frankfurt gehen will. Also das steht ja wohl fest. Trotzdessen für mich Stuttgart auf drei mit einer mega geilen Platzierung. Vorbild für viele Vereine dann aus Relegation zu Champions League. Super geil, wenn sie es schaffen würden. Ich würde es denen auf jeden Fall gönnen. Und damit, ja, mein Platz drei. Sagen wir zwei und eins. Mein Platz zwei. Ja, ich traue es ihnen zu, aber ich mache meinen Sicherheitstipp hier. Ich sage zwei Leverkusen, eins Bayern. Im Endeffekt, ich sehe es so, es sind jetzt vier Punkte Rückstand, aber für mich sind es im Kopf, es ist einer. Es ist ein Punkt Rückstand und ich glaube Bayern, ich weiß ja, dass du Leverkusen auf eins hast, hattest du ja auch vor der Saison der Quatsch, jetzt zu ändern. Jetzt ruht euch zurück. Ich will es erstens ausgewogen zwischen uns beiden halten und zweitens glaube ich, dass Bayern in der Rückrunde, in der Wintertransferphase noch zuschlagen wird, weil der Kader einfach zu dünn ist. Ich glaube, dass sie davon auch profitieren werden. Vielleicht auch einfach mal einem Pavlovic die Chance geben, der könnte ja wie ein Neuzugang wirken. Der fand ich fantastisch gegen Stuttgart, wirklich. Ja. Bin ich sehr, sehr begeistert von und wenn sie da jetzt noch den einen oder anderen Spieler holen, glaube ich, dass es ihnen sehr, sehr zugute kommen wird. Für mich wird ein bisschen der Knackpunkt natürlich der Afrika Cup, auch wenn ich sage, dass die zweite Garde von Leverkusen auch ziemlich gut ist, gerade auch ein Schick. Wir haben es gesehen, Dreierpack jetzt zuletzt geschnürt. Wer weiß, ob Boniface danach überhaupt Stammspieler ist oder die spielen zusammen wie bei Undaf und Girassi nach dem Afrika Cup. Aber ich sage, der Afrika Cup wird ein Knackpunkt sein und bei Bayern ist es dann halt dieses Selbstverständnis, diese Self-Fulfilling-Prophecy, dass wir sowieso wieder Meister werden. Das ist vielleicht am Ende des am 34. Spieltag sich entscheidet. Beide, glaube ich, werden relativ weit kommen können international. Leverkusen ist auch noch im DFB-Pokal, haben auch da große Chancen. Ich glaube, es wird am Ende wieder der FC Bayern, auch wenn ich mir wünschen würde, für die Spannung, dass es Leverkusen wird. Aber vielleicht ist es ja auch gar nicht verkehrt. Wir machen bestimmt dazu auch noch mal detailliertere Videos, wenn Xabi Alonso gar nicht Meister wird, damit er noch einen Anreiz hat, länger zu bleiben und nicht seine Ausstiegsklausel, die er vielleicht da sein soll, zu nutzen. Ja, ich glaube, am Ende wird sich das auswirken mit dem Afrika Cup, weil es ist eben nur ein Punktunterschied. Wenn Bayern gegen Union gewinnt, muss er natürlich auch erstmal. Aber ich weiß natürlich, dass du das anders siehst. Natürlich sehe ich das anders. Ich habe ja vor der Saison schon getippt, dass ich glaube, dass Leverkusen diese Saison Meister wird. Lag vor allen Dingen ja auch daran, dass ich daran geglaubt habe, dass Alonso mit einem klaren Plan reingeht. Ich fand die Transferperiode schon vor der Saison bemerkenswert gut. Da waren übrigens auch noch, es gab ja auch, da muss man sagen, viel Gegenwind, gerade auch bei Bonifaz, wo viele noch gesagt haben, bevor man den Spielen hat sehen bei Leverkusen, ob das jetzt so das Richtige ist und mit Schick Ausfall und weiß ich nicht. Den Einzigen, wo ich kritisch gegenüber war, Transjärtechnik, war ja Hofmann, der mich total überzeugt hat, was ja eigentlich immer ganz geil ist, wenn man kritisch zu einem Spieler ist und der dann so auftritt, das ist ja eigentlich immer cool, wenn man sich positiv überrascht. Leverkusen spielt für mich mit ganz weitem Abstand den besten Fußball in der Saison. Selbst an Spielen, wo die nicht zu 100% geben, sind die noch deutlich besser als der Gegner und das ist schon bemerkenswert. Alonso ist so klar und so zielstrebig in dem, was er tut. Das hat er für mich persönlich auch allen anderen weit voraus. Also der macht das da einfach wirklich genial und ich glaube einfach, dass Leverkusen in dieser Saison nicht zu stürzen ist, sozusagen, auf Platz 1. Bei Bayern, die ich auf 2 habe, glaube ich persönlich auch, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Winter-Transfers haben werden, also Verstärkung haben werden, aber ich persönlich glaube, dass die Bayern unter Tuchel diese Saison auch schon ein paar Mal gezeigt haben, dass sie schon auch anfällig sein können, dass du denen schon auch noch wehtun kannst. Gleichzeitig ist auch Kritik immer wieder da, bei den Bayern auch schneller als bei Leverkusen. Bei Leverkusen wird keiner was sagen, wenn die auch Zweiter werden, das muss man so sagen. Also die werden am Ende natürlich einen Druck verspüren im Sinne von, wir könnten es noch verlieren, wegen diesem Vize-Kusen-Fluch, aber die haben halt auch eine Chance, einen Triple zu holen, das würde ich denen sehr gönnen, Prognose wäre bei mir eher, ich glaube nicht, dass sie einen Triple holen, ich glaube aber, dass sie einen Double holen, deswegen, ich habe die auf 1 bei, hier, in der Bundesliga und im DFB-Pokal glaube ich auch, dass sie ihn holen werden, ich glaube aber, dass sie die Euroleague irgendwie wieder verkacken, ich weiß nicht warum, Bauchgefühl einfach, aber die haben halt die Chance auf einen Triple, das ist schon gigantisch, das was ich als Problem sehe, ist eben der Afrika-Cup, stecken die aber auch mehr oder weniger nur drin, das muss man halt sagen, das ist halt echt einfach bitter, ne, so ausgerechnet in dieser Saison haben die dann auch so viele Spieler, die abstellen müssen, aber ich glaube eben auch, guck mal, Mittelfeldachse bleibt ja komplett bestehen schon mal, also die ist ja komplett da, dann im Sturm hast du halt einen Schick, der auch top funktioniert, und, die haben ja schon gesagt, dass die noch einen spielerischen Stürmer suchen, also es wird wahrscheinlich noch einer kommen, dazu hast du noch einen Loschek, der jetzt auch nicht so scheiße ist, das Problem eher wenn, ist, dass du in der Abwehr ein bisschen umbauen musst, aber da hast du halt auch einen Tar, der so als, vielleicht da auch wirklich so als Denker und Lenker fungieren kann, der die Abwehr auch ordnet, egal wer da spielt, ein Frimpong und Grimaldor hast du auch beide noch am Start, ja, du hast da eben schon eine gute Achse noch, Problem, also problematisch wird es, wenn es in der Kader breit ist, also wenn sich dann jemand verletzt oder irgendwie gesperrt ist, das wäre dann ärgerlich, aber sonst glaube ich, sehe ich Leverkusen einfach, wie gesagt, rein spielerisch, deutlich die Saison vor allen anderen, und ich glaube, dass wir es machen werden. Wo ich dir auch zustimme, wer auf jeden Fall auch mehr Druck hat, ist natürlich Tuchel, weil bei Bayern ist es ja schon Versagen, wenn du nicht deutscher Meister wirst, da kannst du ja eigentlich schon fast mit rechnen, dass dann die Nässe, ja, dass der fliegt, und dass man sich dann um Xabi Alonso bemüht im Sommer, so ungefähr, wenn jetzt Ancelotti verlängert hat. Ich bin sehr gespannt auf die Rückrunde, für die Bundesliga wäre es natürlich cool, wenn Stuttgart und Bayer Leverkusen so weiter performen, das kann man einfach sagen, und ich bin auch gespannt, ob Dortmund wirklich so schlecht abschneidet, wie wir beide es jetzt vermuten. Ihr könnt gerne mal eure Tabelle reinschreiben unten, auch wenn, natürlich kann man jetzt sagen, ey, es macht doch mehr Sinn, wenn ihr das erst am 1.2. gemacht hättet, wo die Transfers feststehen, aber es hat ja seinen Reiz, wir haben es ja vor der Saison auch vor Ende der Transferphase gemacht und es geht ja eher um das Gefühl, was wir hatten in der Hinrunde, wie die Mannschaften Fußball gespielt haben. Ich glaube, das ist erstmal so das Entscheidende. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und auch gerne einen Kommentar. Uns macht es mega viel Spaß, danke für eure Unterstützung und wir sehen uns sicherlich morgen in einem neuen Video wieder. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.